Jürgen? Ja. Okay. Da hätten wir eine Geldklammer. 47 Dollar, 32 Cent, ein Führerschein, ausgestellt in Florida, Baseball-Cap, ein Anstecker, ein Päckchen Kaugummi und was auch immer das ist. Das ist nicht meiner. Was ist nicht deiner? Der Anstecker. Ich hab noch nie... Was, wenn es einen Ort gäbe? Einen geheimen Ort, an dem nichts unmöglich ist. Das darf nicht wahr sein. Einen Ort der Wunder, an dem du die Welt verändern kannst. Willst du ihn sehen? Projekt Neuland